Wie geht es mit den Trends für den nächsten Winter? Sorry, wenn ich so deutlich bin, armer Handel, armer Handel. So viel Parkas, wie hier nochmal gezeigt worden, so viele Outdoor-Jacken, die ich auf der Wet n' Butter gesehen habe. Ich befürchte, das wird ganz schwierig, mit demselben Thema den Kunden nochmal zu ködern. Die Warenlager sind voll mit Parka und Outdoor. Es wird sehr, sehr schwierig, das richtig zu gewichten für den Handel, wie viel Ware er nimmt. Was ich auf der Wet n' Butter immer das allerbeste finde, wenn man im Bereich Lock und Dock anfängt und wirklich Heritage und das ganze Craftmanship sich anguckt, sehr ruhig und abgespeckt und gediegen, sehr schön, sehr natürliche Farben. Und dann weiter geht über die Denim-Base und hinten in der Sportswear ankommt und dann endlich wieder Farbe sieht. Dann merkt man erst, wie viel Energie in der ganzen Branche drinsteckt. Und dass wir nicht nur, also ich sage, wir kommen nicht nur mit diesem Outdoor-Thema weiter, also ich als Händler würde damit nicht weiterkommen, sondern die Zwischentöne, Fashion, Elegance kommt ganz wichtig dazu. Und im Sportswear-Bereich ganz viele Marken, die gute Farben gezeigt haben, auch Violett wiedergebracht haben, knatschiges Orange, auch sattes Gelb, richtig Neongelb, was dabei war. Ich glaube, das wird ein spannendes Thema. Ich sage, Handel hat schwierig, nicht ganz einfach die Saison. Nur Vintage alleine und dieses Heritage wird es nicht sein. Angezogener wird es werden, aber ich bin ganz beruhigt mit allen Händlern, die ich gesprochen habe. Die haben gesagt, Mensch, es ist ganz okay, ich komme ganz gut zurecht mit meinen Ordern. Und ganz spannendes Thema, wohin geht es denn weiter? Wenn man jetzt so ein bisschen weiter über den Eisberg hinausblickt, habe ich sehr viele gute internationale Händler gesprochen, die gesagt haben, was fehlt mir auf der Wet n' Butter? Was fehlt mir auf der Premium? Und da war ganz eindeutig ein Thema zu hören, Gothic und Darkness. Also wieder zurück zu heftigen Grunge, gotisch, japanischen Label, australischen Labeln. Das wird hier, was ich so mitgekriegt habe, von den sehr, sehr gut informierten Einzelhändlern vermisst. Berlin bleibt weiterhin spannend und wächst ungemein. Wir haben jetzt ja mit der Show & Order, die sich jetzt langsam am dritten Messetag auch gefangen hat, sehr gute Neuzugänge, auch hohem Niveau. Also auch für wirklich höchst elaborierten Einzelhandel wird Berlin noch interessanter. Die Capsule bleibt weiterhin ein Zugpferd. Die Sieg ist weiter größer geworden und bietet hervorragende, spannende neue Label aus der ganzen Welt. Die Gallery natürlich, Düsseldorf in Berlin. Wir werden schauen, wie sich das weiterentwickelt. Interessant ist es allemal. Und ganz spannend wird es natürlich mit der Panorama für den nächsten Juli. Da sind wir alle gespannt, wie Schmitz Katze, wie viel Massen, wie viel Commerz, wie viel Higher End dort reinpasst und wie das von den Marken aufgenommen wird. Berlin wird spannender denn je. Ich sage aber, dann kann es nicht mehr bei drei Tagen Fashion Week bleiben. Da muss es schon sechs Tage werden, weil sonst schafft es keiner mehr von uns. Dann haben wir morgen noch die Bride als allerletzten Messetag in Berlin übrig. In diesem Sinne sage ich allen eine gute Saison von Europe Fashion natürlich. Und mein Name ist Martin Wuttke von der Agentur Next Corona aus Berlin. Und mein Name ist Martin Wuttke von der Agentur Next Corona aus Berlin.